Dieses Sozialengagement wird bei uns richtig gelebt. Das heißt, dass wir nicht nur Geld geben, also spenden, dass Projekte überhaupt laufen können, sondern dass wir auch sagen, wir wollen die Mitarbeiter richtig mit einbeziehen, dass sie tatkräftig mit anpacken können. Also nicht nur finanziell, sondern wirklich sagen, Ärmel hoch, wir packen mit an und hängen uns einen Tag rein. Ich bin ziemlich froh hier zu sein, wirklich um etwas mit allen Kollegen zu bauen. Das macht Spaß und ich hoffe, wir bauen etwas mit viel Kraft. Dass die Hoffmann Group Foundation an diesem Social Day zum zweiten Mal uns unter die Arme greift, bedeutet mir sehr viel. Das ist ein Zeichen einer ungeheuren Wertschätzung für unser Projekt. Das ist der eine Aspekt natürlich, dass man sich sozial engagiert. Das andere ist aber auch ganz wichtig, dieser Bereich des Teambuildings. Also ich habe hier Leute aus Finance, aus Marketing, aus dem Vertrieb, aus allen Abteilungen aus der IT und die müssen sich zusammensetzen. Die müssen dann zum Beispiel so einen Turm aufbauen mit irgendeiner Anleitung, die ein bisschen Ikea-mäßig ist und schauen, dass es dann funktioniert. Also ich finde es toll, sich sozial zu engagieren, mit den Arbeitskollegen mal was anderes zu machen, aus dem Büro rauszukommen. Finde ich einfach großartig. Ich finde es total genial, dass wir hier für Kinder Gutes tun können und auch der Gesellschaft was zurückgeben können. Und der Hoffmann Group finde ich halt das Engagement und auch dieses Miteinander einfach sehr gut, weil das brauchen solche Institutionen. Und ich glaube dieses Engagement bräuchten wir eigentlich von mehr Veranstaltern, Firmen oder Sponsoren. Unabhängig von ihrer finanziellen Unterstützung all die Jahre, die wir schon genießen dürfen. Also dafür sind wir ihnen alle unheimlich dankbar, also sowohl die kleinen als auch die großen, die super. Und sie verwirklichen mit uns Projekte, die wir alleine nie kriegen würden sonst. Ja, vielen Dank.